Du fungierst als Aufpasser, fährst sie zu ihren Terminen. Du musst Jake sein, mein Fahrer. Und sorgst dafür, dass ich meine Kohle bekomme. Ich bin Sandy. Sie sagen, als sie herkamen, war sie schon gefreut. Ich werde ihren Mörder finden. Es geht um einen Mord. Die Rache eines Mannes. Jake verliert seinen scheiß Verstand. Bringt das Rotlichtmilieu und die Polizei ordentlich zum Beben. Ich bin seit über zehn Jahren bei der Polizei und ich wandere nicht in den Knast. Nur weil du bei dem Tüten reich wirst. Das ist bei Ken und Frank und Melanie. Du bist die Kohle. The Girl from the Naked Eye. Auf 13th Street.